Der Technologiepark Ostfalen ist ein Zukunftsort aufgrund der Tatsache, dass wir uns mit der zukünftigen Mobilität beschäftigen, die weiterentwickeln wollen, wir daraus entsprechende Maßnahmen der Nachhaltigkeit ableiten möchten. Das Innovations- und Gründerzentrum ist ein typischer Ort für junge Unternehmen, die ihren Business beginnen, für Unternehmen, die wachsen wollen und hier eine erste Beherberung erhalten. Bei uns sind das typischerweise Unternehmen aus der Automotive, aus der Zulieferindustrie, aus dem Maschinenbau, aus der Energietechnik, Ingenieurdienstleister. Ein wesentlicher Teil unserer Arbeit betrifft insbesondere die Innovation und die Innovationsentwicklung. Wir versuchen die Kooperation zwischen den Unternehmen maßgeblich zu befördern. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den ein Innovations- und Gründerzentrum auch zu einem Zukunftsort hier in Sachsen-Anhalt macht, weil wir hier die Kooperation befördern, weil wir dafür sorgen, dass Netzwerke aufgebaut werden, dass wir Lieferbeziehungen sich entwickeln und dass wir aus den kleinen Unternehmen schlagkräftiger am Markt platzieren können. Das Unternehmen hier am Standort Barleben wurde 1996 gegründet als CITIM. Das ist ein Uni-Startup, das hier im IGZ seine Anfänge genommen hat. Die Gründer haben damals die Chance genutzt, hier Räumlichkeiten anzumieten und das bot ihnen halt eine sehr gute Gelegenheit zu wachsen. Wir haben hier am Standort 120 Mitarbeiter und stellen mit der Produktionsmethode additive Fertigung Industriebauteile für alle möglichen Industriezweige her. Also für mich ist der Barleben und der Technologiepark wirklich ein Zukunftsort, weil wir haben hier sehr unterschiedliche Betriebe ansässig, die in unterschiedlichen Graden ihrer Entwicklung sind und dadurch, dass wir eine Technologie betreiben, die industrieunabhängig ist, ergeben sich dadurch sehr interessante Kooperationen. Die Eureba Fücon ist ein Hersteller von Prüfständen für Brennstoffzellen, Elektrolyse, Anlagen und für Batterien. Wir haben uns für diesen Standort entschieden, weil dieser Standort sehr gute Möglichkeiten für wachsende Unternehmen bietet. Wir sind hier gestartet im Innovations- und Gründerzentrum, konnten uns dort erweitern und hatten dann hier im Technologiepark die Möglichkeit, Flächen zu erwerben und Gebäude zu errichten. Das heißt, der ganze Technologiepark bietet sehr schöne Möglichkeiten, um das eigene Geschäft weiterzuentwickeln. Sachsen-Anhalt hat enormes Potenzial hinsichtlich der Zurfügungstellung von Fachkräften. Wir haben eine sehr gut vernetzte und innovative Forschungslandschaft. Zukunftsort ist für mich in erster Linie, dass dort Unternehmen sich auch ansiedeln, die für die Zukunft orientiert sind. Innovative Unternehmen, die mit nachhaltigen Produkten am Markt sind und natürlich Technologien hier weiterentwickeln, die für die Zukunft gedacht sind. Und da ist gerade dieser Technologiepark als Zukunftsort bestens für geeignet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017